Hi, Madeleine hier von Sonic Blue mit einer neuen Folge in der Serie With a Little Help from Max for Life. Und dieses Mal habe ich wieder einen Tipp für euch für Live-Performance. Und zwar ist es ja so, dass in Ableton Live die Idee zum Live-Spielen ist, dass man halt quasi die Session-Ansicht benutzt und da quasi alle Songs oder Tracks, die man live spielen will, in einem Live-Set hat. Deshalb heißt es eben auch Live-Set. Das kann aber teilweise nicht sehr praktisch sein. Ich hatte zum Beispiel das erst alles in einzelnen Songs, war aber nervig, weil ich immer zum Computer musste, um das neue Set zu starten. Damals gab es noch keinen Max for Life und dann habe ich halt gesagt, okay, irgendwann, ich packe wirklich alle meine Songs in ein Live-Set. Da hat es dann aber herausgestellt, dass es unglaublich viel Zeit gebraucht hat, damit ich alles einrichten konnte. Auch, dass das quasi schon grob gemixt ist, weil ich eben sehr viel loope und auch quasi Audio-Looping mache mit Overdubs. Das heißt, man hat dann noch Looper und so weiter drin. Und das wird dann alles sehr schnell umständlich, was da alles dann drin war. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer viel zu viel Zeit damit verbracht habe, das irgendwie alles einzurichten. So, dass es dann halt zu wenig Zeit zum tatsächlichen Proben da war. Und dann kam irgendwann Max for Life zu Ableton Live dazu. Und dann gab es das tolle Load Set Simple Max for Life-Gerät von Native Control. Und Native Control könntet ihr vielleicht schon kennen, weil Stray, der Native Control macht, ziemlich tolle MIDI-Remote-Skripte auch entwickelt hat, wie zum Beispiel Cliff X. Ich werde einen Link für das kostenlose Max for Life-Gerät Load Set Simple in der Beschreibung einfügen und genauso auch einen Link zur Native Control zur Webseite, weil da gibt es ziemlich viele tolle Sachen auch noch, die hilfreich sein könnten, die ihr euch mal anschauen könntet. So, und damit kann ich jetzt quasi einfach dann hier erst mal ein Set auswählen, indem ich auf Select klicke. Dann kann ich dahin navigieren, wo ich eben das nächste Live Set, was dann nachdem ich diesen Song performt habe, geöffnet werden soll, auswählen. Das breche ich jetzt mal ab, weil ich habe hier schon was ausgewählt. Und dann ist eben dieser Load Set Knopf hier mappbar. Das heißt, man kann den entweder auf einen MIDI-Controller irgendwo mappen oder eben auch die Computertastatur. Ich habe meinen Computer gerne zur Seite oder hinter mir und dementsprechend werde ich das MIDI mappen. Wie man sieht, habe ich das auch eigentlich schon gemacht gehabt, allerdings habe ich das da zu einem Knopf auf der Remote gemappt und die habe ich gerade nicht eingerichtet. Das heißt, ich nehme das jetzt einfach mal wieder raus und ich habe hier das LPK 25 Keyboard von Arcai und da mappe ich das jetzt einfach mal auf die C2-Taste. Gehe wieder auf den MIDI-Mapping-Modus raus. So, und das würde man dann eben bei jedem Set machen, so dass man dann eben die richtige Reihenfolge bei der Setlist hat und natürlich würde man halt auch diesen Load Set Knopf auf die gleiche Taste oder was auch immer man hat mappen, damit man immer nur das gleiche dann halt drücken muss, um dann das nächste Set zu laden. So, dann zeige ich euch nochmal schnell, wie es geht. Das heißt, ich drücke hier C2 und dann lädt es einfach das neue Set, ohne dass ich von live gefragt werde, ob ich dieses Set speichern will und das dann eben dann bejahen oder verneinen müsste, sondern es lädt halt einfach das nächste Set. Einfach und praktisch. Ich hoffe, ich fand das hilfreich. Vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu subscriben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.